Aber Windeck wurde die Beine schwer, sie kamen nicht mehr in die Aktion hinein, liefen immer ein Stück hinterher und daneben war Kenia, was für ein toller Auftritt, feines Füßchen vom jüngsten georgischen Nationalspieler aller Zeiten, da kann sich der gute Gillen strecken, wie er will, den kann er nicht bekommen. Etwas zu viel Platz hier für Kenia und dann um die Verteidiger herum und um die Hände des Torhüters.